Guten Morgen, herzlich willkommen zu Ihnen. Ich bin sehr, zu Ihnen zu reden von Ihnen. Es ist ein wunderschöner Tag hier. Ich freue mich hier zu sehen mit Ihnen. Ich lüte Ihnen an, dass Sie an Radiohörern, wo immer Sie das hören. Ich weiß, dass Ihnen alles anders ist, wie Sie gewann sind. Ich freue mich darüber, dass Sie das hier in der Gemeinschaft haben. Wenn Sie hier auch sehr alleine sind, dass Sie viele, viele waren hier, auf der Radiohörern, wo immer Sie dann sind. Ich bin sehr, ich bin hier von der Almerschein. Ich wollte von Ihnen eine Botschaft bringen, und ich hoffe, dass Sie hier in der Gemeinschaft sind. Mein Tag ist von Ihnen in der Apostelgeschichte, Kapitel 11, von den nächsten Tieren, von den nächsten Tieren, wo ich dort bin. Mein Tag ist, Gott ist ein Plan für Sie nur im Jahr. Der Jahr der Christi ist, dass wir das Evangelium über die Rutschbreite in alle Menschen, über diese Jahre. Ich hoffe, wir werden es sein an diesen Tagen. Wir werden es sein. Wir werden es sein. Wir werden es nicht. Wir werden es sein. 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 Punkt, auch alle seine von der Worte hier erfordert haben. ich habe es umfangen, da war ich ernst mit. Ich bin es umfangen, und dann gehen wir wieder. Herr Jesus, wir kommen mit diesem Morgen fertig, und wir danke dir. Wir danke dir für die gelegenheit, die wir haben, nach der Stadt, die Mensch auf der Hand, mit einem anderen anderen. Wenn wir auch nicht hier in unser Kioakke-Gebiet an Strafe chanen, aber für das wir chanen an Strafe aus dem Kioakke, warum? Also, auf Radio Asera, wo immer das ist. Und so, Herr, wir danke dir für dich. So, ich beden auch für dich, dass dein Wort wird reitgestrahlt werden, dein Heiliger Jesu wird ans Ewa Jäte, dass wir verstanden können, was dein Wort an zu sein hat von dir. Und möchtest du dein Wort sehen, und möchtest du mein Müll fördern, dass ich dein Wort reitbringen, so dass du von dir möchtest werden. Und so, Herr, wir danke dir für deine große Leib. Amen. So, ich woher lese in der passelgeschichte Kapitel auf, verschneet hier in Anbamang, und dann fangst es dort an. Da, der sich durch die Verfolgung der Ewa Streiphanes versträht wurde, wurde so wie aus Phänisien Cyprien in Antiochien gekommen, über Predigte das Wort zu Sass scheinen aus der Jüde. Du wierde man an über Eingemana von Cyprien in Kyrien die aus deino Antiochien scheime ob der Jericho rede deide und predigte den der Evangelium vom Herrn Jesus. Und den Herren seine Kraft geholt wie man an und engrautet die Menschen gleifte und beziehe sich dem Herrn. All det niest strich de gemeint an Jerusalem te her in der schechte Barnabas dort hei bei Antiochien gönne soll. Os hei hann cheim in je seine hord wat got sin je dun hord fred hei sig in sprüch an Mautau dort sei den Herren von ganzen Horte trüb lieve soll. Wils hei wie in frum am morn voll vom helligen jes in gelove in en grote teile menschen ware für den Herren die wanne dann volleit Barnabas an nur Tarsis zu gönne in Sol zu ziekje in aus se hann am funk brachte he an nur Antiochia und sie bleibe in gönns et joh wie die gemeint in leere viel menschen der jünger war der jüste an Antiochien Christen genahnd mert an dieser Tiet scheine Prophete von Jerusalem und Antiochien und er gab aus einer von an stund ab und die der den helligen jes ohn dort über die ganze Welt in grauten hungerschnut komme wurde und dort passiert an Caesar Claudius seine Tiet und der Jünger war der sich einig dort in Jidra Durno aus Heikon der Breida und Judea mit Hop wurde der Teide sei Danach sei schickte ihre Gube nur der Älteste durch Barnabas und Saul und so wie seine hier dort Jürits Feier des en Tag wo die Tioch in Jerusalem dort seine Krieg und Peiters die Geschichte wo Gott hat lecker auf lebt mit all die kribben die Tiere und all die Banner ist und Peiters sagt Gott über das R.N. Und Gott sah nicht das R.N. Gott der Gott Gäste der Gäste dass die mensch die Grieche auch Gottes wurde der Heil Krieg von dem Und auf Englisch würde ich sagen, weil das Christentum explodiert an der griechischen Gegend in einer geräuteten Nummer von Griechen und Jesus Christus. Wir sagen, dass hier das Sud wie gesagt wurde, wie es die jüdischen Gerüte entspreidet, das Wort mag der Nicht-Jüte. Und dort passiert die Gerüte nur dem Osteophanes gesteinig, weil das Geist war, wenn viele von den Jüten war ich gerade, weil sie lebe, weil sie die Verfolgung unter mir. Und seit einem Wied war ich, oder seit einem Wied war ich, von Jerusalem, wo sie Hohn siedelt, und sie sprach, wo sie wohnen, wo sie wohnen, wo sie wohnen, wo sie wohnen. Aber so wie es verschneit hier, dass bloß noch mehr man die Jüte. Aber sie kommen dann, was du, wo sie Hohn waren, sagt uns hier, dass die Kämme nur Zyphrien, Finistien in Zyphrien, ernannt nach Antiochien. Und so wie wir, wenn wir jetzt in der Orlaube sein, dann wird Jesus in Plun, wir, dann wird das Wied aus dort. Weil wir sein dort an Matthäus 28, Verschneet hier in 20. Matthäus 28, Verschneet hier in 20, wo das ist, das sage ich, wo Jesus sagt, dann gut nun du die Fälte von der Welt und merk an, till ihr länger und deubt an an den Numen von den Fuder, von den Seen, von den Heiligen Jes. Liert dann alles der Daune, wo der Kind befohlen habe, und verloht ihn durchab, ach sie immer begehend, wo er eng von dieser Welt. So he sagt hier, gut rührt, und leert alle Fälte. Und so wie wir sein aber auch in der Passagegeschichte auf Versch 20, wo das sage ich, du wirst man gar nicht über ein Gemahner von Sifrin in Kirien, der aus deinen Antiochien scheime, ob der Grieche Rede, Deine, und Predigte, den der Evangelium von dem Herrn Jesus. Und so wie wir sein hier somehow, zusammenfangen an, wie der Wallen, der Daune, wo Petrus von Rede, der Evangelium, wir vor allem nicht bloß vereinen. Und so sie rede und predigte das Wort zu den Griechen und Antiochern. Und sie vertalte an, von wer Jesus Christus wirklich wäre. Und was hat mein, was Jesus said, folge mich noch. because Jesus hat ein Plan, wer der Evangelium heretet, und zu wem wir das sage, das ist nicht ein Plan, was eigentlich du abmerkst, aber das ist ein Plan, was Gott gemerkt hat. und er will haben, und wir sind alle sieben Plan noch ohne, in der Evangelium mit der Daune, das ist diese Daune, was du fand, ein Darbner oder andere ging in der Evangelium mit der Daune. Und so wie wir sagen, aber auch an Versch 21, oder das ist das sage, in den Herren seine Kraft gehauen, wie er mit an, in den geräute Teil der Menschen glaubte, und betierte sich dem Herren. So wie wir sagen, als der einmal der Staubmüche in der Evangelium wiedergebe, der Menschen wäre hungrig. Das sage ich, den Herren seine Kraft gehauen, wie er mit an. Aber wir sagen auch, dass die eine Kraft wir nicht reiht, und der Gott seine Kraft gehauen, nur die, die du hungrig wäre. Aber es sei wir nicht dankbar, dass du wie so eine Wehre, was dort wirklich deine, der Evangelium wiederbringe, nur die, 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 die richtige Wehre, nicht bloß die, so dass dort vermischt werden. Daraus war uns Tags von dir von der Rede, Der Evangelium macht, weil wir ammeren das an der ganzen Welt. Kraken da und werer das. Kraken da und wort von der Klärer das. Kraken da und wort von der Sprache der Rede. Jesus seht an, folgt mich nun, und er sagt von dir und auch noch zu mir in die. Seht an, wer Jesus Christus ist für die, an die, in Rom, die, wird Jesus für dich er tun und er hat, und wort du vor allem das. Weil dort das ist, wo es ein Zeugnis ist, von wo wir kommen, wo wir sind, wo er ans Hand leidet. Dort ist ein Zeugnis. Und so, dass wir in Antiochien wo das Christentum so reich anfangen sind. Wo er an ihre Weltreise, ihre Weltmission anfangen. Wo er anfangen, dass Evangelium mit voller Kraft und voller Freiheit zu predigen, zu kreiten, da und wer das wir. Der Predigt der Evangelium zu Dei, der nicht den lebenden Gott schande, das wird das erste Mal das Evangelium wie gepredigt werde zu den Griechen und besonders hier in Antiochien wo sie wäre. Wir sagen dort auch in Apostelgeschichte Kapitel 8, Vers 5, wo Philippus nur aus Samaria ging, wo er predigt . Aber dort folgt wie alle gemischtet Folgt von Jüde, Grieche und wort immer alles. Und so wo ich finde von der Red ist, wo das erste Mal die Predigt war wie es ein DARPA wo nicht gemischt wie mit Jüde und Nicht-Jüde. Dort wo Kapitel 11 Tieren dann anfangen hat. So wir sagen auch dass Cornelius wie auch nicht in Jüde und heute leufe die Baut an Leven an Gott. wo Petrus handgun die ruts nur dem aus seiner Vision hat wo ich von Red reit von Rund um die Jüde nicht bloß an der Jüde der Fall der andere wach mit Angst der andere wach wird verfolgt ob er leid dort nicht der Evangelium hier ist sein Omer auch macht Se deile der Evangelium macht mit Freude das eigen du auch soll und das wie vielleicht auch da ne in der Situation wo wir sind in zu tun wo wir sind auch ein Ding wo wir nicht an das Gebiet und sei wir auch sie können auch nicht sei nommer Evangelium matt wo immer sie wir in a klein wie soll auch in a kub wie da ne to deit tit mußt se gohn in der de vertale er se mußt der hand in breif schrieven der check wie der von der bloß ans von nehmend fuhne wir haben gerater gelegnet auf dem tem te deile an deit wo wir sind aus deil die t hore und se wo das motos spreche weil wir uns aus gemänte nicht an den oren hängel loote weil wir ans motos spreche mit ne waag es wie an betrafe es wie an fuhne und wenn ihr dort nicht da war ich an schrie von breif der meint auch fehl und so da gläubel ja go von nicht ab und mein gewünschen die betras dass wir gläubel ja an jesus ist das auch nicht worab geben an das tit wo wir sind wenn wir nicht verfolgt ans wort je sage wie soll nicht trafe ans top trafe so ganz oren als verfolgung aber das ist wenn wir nicht eine gemeinschaft haben ein einmal in unser reich und so war wir dann er war von der wir haben wir eine gemeinschaft haben und haben wieder an vers 22 in der 6 stelle all that nice richte gemeint an jerusalem die here in der schack de barnabas dort hei bei antiochian gune soll aus heit hand keim in jes so wir seine hier die quack von buddhese menschen wach gewundert wäre weh in der verfolgung krieg lud das seine wort passiert in antiochia se krieg das seine dat die evangelium wat wieder verspreit ist wo sei du raam wäre in mathe a unertanung von jerusalem nur antiochian denn jerusalem spiel ne groter roll an det nu viel jerusalem schägt barnabas du ha jerusalem spiel ne groter roll an det wil se schägt er in ein von er gauder laders du ha antiochian wie ne groter stod dat wie von an je fähr de rade i rade stod an der rheimische welt der tid en dots wo got sich will oder jesus will de ir ste kio eik wo du von grieche gebet wier oder ongefangt wier de wier grieche wo du hungrig gewerde wier den evangelium unternehme wo jesus jesus von ho dat wo vi finge done wo de nume christentum van kum het van do kio so wie seine hier dat barnabas in polis bad kum antiochian halb an de situation en se bleibe du van gons het joh tum hat een traf tum een leere tum 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 predje tum hat irene wer jesus christus wer in ungeroute port as ons tag sacht ungeroute nummer tjame in leuven jesus christus paulis brok des sted luta voor sinne sted van wo hij messia on rive dan van art stelt wat we zijn ook dat antiochian wie er niet in sted wo niet bloes dat jes tum op gewaag wie die menschen on jesus on jesus to leuven antiochian wie ook niet in sted wo du zei veel menschen on of jate denken dat on den ja die leuven wat niet mul jata wier wat niet mu god wier zei wier verbongen mat feel schlacht zei wier mat zon verbongen wat begotten i uwe bloes einfach zin wier ze dan de den wat ze salz gemerkt to vijata wat ze gekoft to van bin market wat ze wat er god wier wo wat er nis hapen kan dat wie oja zei jesus jesus gefongen hoare aus ea leise en te ochien wie ube ogen sted wo do zaya veel schake gedreven waart an de austere van van austere kond en te ochien wie en zaya veke punk för de raima ob ook fe de jeruzalamp to choak was a bad fail to down hoare wils de raima hoare a shaka hon do en de choak hoare en wo zaya de menschel jesus just to swier so wie seine hier dat Barnabas jaf danzen wundervollet verbild en wo wie kenne nie christen halpe hij demonstriert met storker glouwe hij demonstriert met fred en frohet hoart met geduldig sene en motos spreke hij leert den ne gläubel die mensche wer god is wer jesus christus is in worat meine dat stond of te bliebe an glouwe en hei wel habe de menschel alle weite worat meint wer lich christus nu te falle en wort an der hoart soll seine so es wie finge en galata fief verst feind find ich der feind find ich den jes sin frucht as leif fred fred geduldig freindlich hat gott gesahne seine gläuwe gelindig hat und selbst beherrschung gehen so ne as tot gesatz nicht da der christus jesus und die her habe dort fleisch mit last und liegenschaft teub gekriegt sich det das wort sie an weile haben dort sie verstohene selle dort jesus christus es meia os wort sie hier gehoht haben ich würde uns wollen mit uns schrauben wer will um Barnabas denke wenn wir sein was ich auf hand geeft jesus christus nur falle wer will die hobe an ihr glauben wer will die lehre wer will mit ihr seine mutter zu spreche das sagt uns hier dass Barnabas wird ein gauder mond voll vom hellen jes in trüe hat der glaube jesus christus wird an der andere hund sei wir auch wenn wir polis in die geschicht lesen ohne eier heiden und damaskus vor der wein der will meier menschen verfalle der polis will nicht in seien in man wo der seien vertrie wird hei wie in beten ruch los am man hei wie fort von die jüd lehrerschaft wo du bloß all will verfalle meint ach es so war ich bin in damaskus traf jesus an polis wie sie weiter verlor sie seine und war dann stott nahe geholt von port eil krieg sie seine träge durch ein von gott seine ober er sei dann ihr streit kämpft nur jerusalem von wo wir geft den geritten ab rühe wie ich meine dämon wird ihr schwer was und zu den jünger gehst ihnen fall ihr schreckt am trägenden höchst wo sie können beschützen beworben von diesen geritten ab rühe wird dann wir e war arm und er bleibt auf ein paar johre ab eins in dach dann kennt barnabas von antiochia und sagt wie nie fehlt die in antiochia weil barnabas leift an arm und barnabas hat seine kreide in jes dort polis wie nicht meia die die ist die was wir und haben fehlern an das in ich hohe antiochia wo das interessante gemischte falsch von jüden und griechen sind und sei deine an taub sei der griechisch und aramäisch und wer weit wo noch alles und sei deine du taub got also nicht wunderbar du did die jüster steht as an antiochia wo die christe genannt war wenn sie kollen staut mit jesus teub gegohne haben und sie seien all christe sind ein fall ja because wir seien dort hier in diesen tags dass das sie haben nicht die gesatze die die grieche sie haben einfach keine gesatze sie glaubte an sam but nicht mal wir und seien gesatze jahre von das einzige wird diese ein nicht als jahre als jesus christus du seien nicht brechen wort ihr ver gelegen wort sein wort sie leben solle wo sie leben solle und wort sie down solle hier komme gott seine deiner und leih anfährt wort gott seine leih es verahnen und dort wird sie für sie nicht kulture sie nicht kli das wort er nicht sprich das einzige wort sie erzählen wo sie nur trachtet es jesus christus was jesus christus kann all hebra to merke he kon nie jub merke won wir am los lute die arbeit da ne es nicht wunderbar was jesus kon da when we am los lute die arbeit da ne so paul ist sie nicht ohne seine os ne färde jamaun oder ruchloser aber ne laiva he sie ohne seine os in gauda liera gauda predia he ist ohne seine für wem gott am gemerkt hoff her and so barnabas and paul is blive hier in antiochien fin fallet jo and in de leere an alles wat jesus jesus will haan van de evans gode ha kund nu under steder wahn kund evangelium dute predia ober ne sie bleive hier in leere an in predia ta an dot meint fern so viel wat gott antio wese hore dass they treu bleive to dot what god hann hann i think i glad we haan fehlte leere van dat wahn wie wahn fange dan wih betta merke dat fahrig wahn wie saa jo dan wih betta merke dat jo en wahn jesus raubt dan wih betta saa jo wih zah haf plo nof ja wahn wahn we danken jesus saa peri woid an i seet wat he wo daun en hai dat en as he om chrit sve juts a dan seet he ek wah dit daun en ek wah dat daun en en am eng van dat treu de luta wo ek absto en hai dat en ob saa on chrit sange dat seet hai dat as vore ik had ola me geno me he noem dat ola wa ik en dat jat van de en daun dat van me en die wie dat wans niet fechte wie dat dat we sant dat niet weet wil jesus dat as vore ik haf dat ola en so wie san an tages van der dat barnabas camp van jerusalem no antiochien en polus camp van tarsus in antiochien tim de tup schofe tim de de spende veel tid ola tid tim de manche leere ab engels zei wie teaching and training ab dic zei wie blos leere wie dan de leere en vi staal de to arbet dat wat het me dat wil ze hore een johr wo ze de leere en to arbet staal dat ze kon chris nu falle van ganzen hort en tim un adun san wo god er to open he ik geloof je weet ola van hen polus wo er ke van rede do dat hij verfall ja weer voor de chris te hij dre zijn lewe raam van hij jesus christus trof hij zel ja polus geef zijn lewe voor evangelium van jesus christus hij bleef tru aan zijn geloof van van zijn leven door dat wat jesus wil haan wat een duk zal doen we zullen tru bleven van een ons koncent leven polus weer en een van de goons baas de lera in predje wat we feen in de testament van barne 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 chand om duf her zine vanda barne goof wat hij hoord dat hij in gouda lera we en gouda prig er pold zine goof wat hij hoord zacht barne 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 van fra zaa vij en dat vij zaa fruk boor what pas hier in Antiochia so wie zain an zin tags van dat die kjoek in Jerusalem hê wat passiert wie ze schaakt dat is in barne was do haan tim an halpe an antiochia wijn hij do haan tjim sache wat passiert in wat got wat got sin sêng do dain en hij vij gefällt met fra en hij spruk an motel dat to global you were a true believer to Jesus Christus and not yet for me and die van their work that we true believe and not what got on stuff up in what to life a camp of real fans van their and they understand that wo rop got the hand to help at a hast do you want them you help in God to come or hast you multid genome to leere or we motor spreke and din lewe or abas do son of what is groots have for Jesus Christus when son abas what is groots have for Jesus Christus then denkt on din glove felt feil to leere felt feil but you might have heard the lehrers what the can leere and say what reich and are yes but the chene vise where Jesus Christus is the like ass that do cost just like was and a way that do cost better Jesus chan leere the is the first have got you what you have helped to help one do best you go or else three the two one has you some whom you hope you got to come one you has three go now then you have seen you mind of you to say where you from the state Er hast du tid genommen zum Wimliere in Motorspräche wann ja was geht dort von dir. Ich glaube die Freue vor dem Fahns vielleicht Ola. Wir haben Ola-Leik Samfundet vielleicht gekriegt. Aber ich glaube Samfundet als du gebleibst was wir mal zu Jezus ist ja. Ja, ich sind dich und ich will auch dich an. Aber das ist ja gebleibst. Wir haben nicht viel vorwärts gestoppt. Und ich würde ans Motorspräche sagen, was war das denn? Was war das denn? Das ist nur Fall was wir haben dir gesagt. Die Freue fällt an uns in Wimliere in der Saal und Oren. Ob wir an unseren kleinen Kranz blieben oder dass wir an unseren Kranz riechen können da wird Jesus nach der Hülle fällt dort der Hülle fällt wo Jesus gestes ist. das ist ja auch dass wir wollen senden bitte wo Hand vor und wo mit wem reden zum Evangelium rütt bringen oder zum Rütt vor bloß die Mannschaft haben in Motorspräge Jesus Deine mit dort wo wir sind in der ersten Kranz sie hält nicht träg und sie spreide Evangelium zu allem und dort wird die Ungescheid merken . Gott hat uns alle Worte gebt das wie am Jose er sagt weit nach 2001 ich sage mal sehr ich will ich will nicht meine Angst vor Gott Deine Ich nahm dort wo und habe mir viel geliebt von dem war nie dort kein Interessant zu Deine aber von dann an falls ich an stönd ab in die der ich den jäst an dort über die ganze Welt in grautet hungerschnout komme wurde und dort passiert ein Cäsar Claudius seine Tät und der Jänger war sich einig dass ein Giedere Durno sein können die Bräude an Judea mehr behaupt wurde das Deine sei Danach sie schreckte ihre Gube nur die alles das durch Barnabas und Paulus er Gub dem der wo der komme wurde was die verhören wir dort dienen können dort was passiert wurde das sei könne dienen was Gott auch da oder was passiert wurde aber sei wieder auch dem Gottes Wut erkläre und verspreide dass das Agabus he sagt dort wird ne Tid komme da wird eine Dreh sein da wird eine Hungerschnout komme doch da wird wenig Erte sein und wird also verstorben wenn ein Hungerschnout gebt und das wird durch die Tid wo der Kaiser Claudius regiert da und so wir sagen da die die Tid in Antiochien heute was von was sie anfangen da als Paulus in Barnabas sie wird stark genug dass er an zu sein kriege was passiert in Jerusalem und ihre köig und die köig wird wieder sein zaster köig oder bruder köig und die jener von Antiochien an schlote sich sie wurde die köig mit halbe in Jerusalem weil dort die die hungers not wird passieren und so die köig und Antiochien vertraud das profite das vertraud dass Barnabas und Paulus was they were triggere so wurde den mit mat geben die doch der köig hat so viel gewassen dass sie an seine krieg und die köig hat geholpen zu was sie von da werden beide köig hat gelehrt an ihren anderen zu help because die wurde bad gelehrt von der Hohnd Gottes so an stags von da se der vertraude Gott an ihren Glauben an Jesus Christus und jeder denkt was der ist dass fred oder trüe wird sie vertraude Gott die köig in Antiochien wird mutig und fred zum geben because they liefde die köig oder die haben haben das ist die freiwillige fraue jäwer wat wir finden in 2. Korinther Kapitel 9 verseven und jetzt ist das in jäder soll dort wo he sich am hort die vergenommen haben mit frede jäwer und nicht bemacht Gott ist dein Goud der mit frede jäwer so wie seine hier dass ich seht der hohe help die kreie von järuzalem und gaufe sie mit frede trei se hohe jästliche haupt die kreie und se jäwer tüdy geträgt wenn se kenne und se jäwer jäsel geträgt se kenne und se anstallung wenn wir jäwer als wäscher dann die dinge wat wir jäwer dann so wie seine hier der die 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 gove wat sie kenne nicht wat sie musste but die gove wat sie kenne got es bedürt eva wau wie jäwer nicht wof jäwer und so wir se und sie gove wat sie kenne und do das wat de fre bringe dein wäscher kenne wäscher 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 väscher Die Menschen, die hungrig sind, waren dort eine Zeit, wo du nicht gehalten hast. Und ich glaube, wie wir haben dort Ola von der Ramanns. So ist die Zeit erst, die Menschen sind hungrig nur Gott, sieben Wurde. Aber so viel hast du nicht schoffen können, den ich abwärts haben. Ich hoffe, wir merken uns Reut von dort, dass die Zeit kommt, dass du war doch Menschen sein und was du auch ehrt war doch alle. Die Wurde Bärdesfeld, die Wurde hungre nur Braut und nur Gott, sieben Wurde. So, wer wird diese Zeit, wo wir von der Rede gehen? Wer wird die Zeit, die Christi, die Ramme Welt? Wer wird die Taub, Hoopning, Rütträgge? Wer wird den Heiligen Gäste, die wir zu geben, was uns fehlt? Und wer wird den Talen, was uns lehrt, das für uns alle andere Ramanns? Gott läuft die Person, was du geben, das mit den Frau wird. Wer wird die Rieke, was du in dieser Welt, aber was immer wir haben. Und wir haben Jesus Christus in uns gehört. Und wer wird den Mattheiler, der Gäste, wie wir kennen, mit dir der Ramannsand. Und so, ich will uns mit dem Gebet und lüte uns heute noch ein Sehen für ihn. Herr Jesus, wir kommen fertig und wir danke dir. Wir danke dir für dein Wort, wir danke dir für die Verspreche hier, Berne. Wir seien hier, weil die Verfolgung die noch von Gott denkt. Viele, viele Menschen käme nur die, in Glauben die, even sie, und nicht nur Glauben der an den Leben in Gott. Und bei dieser Verfolgung, was passiert in Jerusalem, wenn Stephanus auch sein Leben verlor, gebt dort eine große Freude in Antiochia. Und so, ich bitte von dir aus, wenn wir denken an die Zeit, wo wir gerne leben, wenn wir auch nicht in der Verfolgung leben, aber wir leben an die Zeit, in seiner Ansage der Zeit. Ich bitte, wir möchten denken an unsere Nubasch, an unsere Freunden, und die Menschen auch noch etwas weit auf sein, wenn du Hauptfehler, dass wir möchten, du haben. Und ich bitte, wir wenn die Menschen auch so, dass sie sehr auf ihr stehen haben, sie denken, dass sie gesagt haben, dann müssen wir nur noch mehr überwinden, und sie wissen, dass sie auch so sein, wenn wir, dass sie nicht mehr überwinden, Und ich bitte, dass sie nicht mehr überwinden, wenn sie nicht mehr überwinden haben. oder wir können auch überwinden, oder lieber überwinden. Und so, ich freue mich auch nur an den Segen, aber an den Wort. Amen. Wie ich merke, für alle Gäude und zum Donen von Gott seine Wälder, macht heu jüngt, dass Jesus Christus dort werke, wo er am Heu und die volle Haft. Jesus Christus traf alle Ehe von Ewigkeit bei Ewigkeit. Amen. Gott ist es.